Hi, mein Name ist Thomas Foster und ich bin hier auf Puro Beach auf Mallorca und ich habe hier auf Mallorca morgen ein Interview mit Frederik Tomanda. Frederik Tomanda ist ein Musikproduzent von Schweden, der ein tolles Studio hier auf Mallorca gebaut hat. Ihr solltet euch das Studio unbedingt mal anschauen, es ist wirklich großartig. Ihr findet den Link dazu in den Kommentaren dieses Videos. In diesem Studio werden wir wahrscheinlich auch teilweise den Workshop machen, die Music Production Academy. Auch dazu findet ihr die Informationen unter diesem Video. Wenn ihr also Lust habt, mit mir gemeinsam hier auf Mallorca Musik zu produzieren, dann schaut euch das mal an. Die wird echt spannend, die Music Production Academy. Aber jetzt würde ich euch bitten, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr von einem schwedischen Hitproduzenten, wie Frederik Tomanda, der schon geschrieben Hits für Kim Wild und NSYNC. Was wollt ihr von dem wissen? Schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich das morgen versuchen, bei meinem Interview mit Frederik zu berücksichtigen. Danke!